Alle Ferien in den Boxen, alle wieder draussen. Das ist der Start zum Preis der Zürcher Kantonalbank. Das Feld formiert sich, da hat sich erstmal Secret die Spitze gesichert. Innen in Weiß und Rot, das ist Gold Street, außen Shooting. Also drei der Favoriten sind bereits vorne mit dabei. Und auch Shinduro ist gut abgekommen, ist im Mittelfeld ihr, der sich manchmal am Start versäumt. Diesmal ist das aber überhaupt nicht der Fall gewesen. Secret führt außen an zweiter Position Shooting. Innen ist es Gold Street, dann ist in the field ebenfalls zur Stelle an vierter, fünfter Position in zweiter Spur. Außen in dritter Spur mit der Nasse im Wind im Moment Rio Chico. Die Rakete in seinem Rücken und ganz am Schluss ist es Lordino. So kommt das Feld auf die erste von zwei Tribünenpassagen mit Secret in Front. Außen begleitet von Shooting, innen dahinter, innen ist es in Rot und Weiß Gold Street, die mir sehr gut gefällt. Dann in the field, entspannt an vierter Position und der hat einen riesen Endspurt, das wissen wir. Dann flirren die Panema. Außen immer noch Nasse im Wind, in Grün mit rotem Kreuz. Das ist Rio Chico, der jetzt aufrückt und an die Seite von in the field geht. Dann ist ebenfalls aufgerückt Lordino, der schon vorwärts geritten wird. Weihau hier in guter Haltung. Dann folgt Shinduro. An drittletzter Position ist die Rakete vor Flying Officer, dem Favoriten und Fiesta. Wenn Flying Officer dieses Rennen noch gewinnen will, hat er noch einigen Weg gut zu machen und insbesondere elf Pferde zu überholen, nämlich all seine Gegner. Vorne ist unverändert Secret an der Spitze. Aber auch Shooting gefällt mir gut. Hingegen kommt jetzt in the field bereits unter Druck. In the field wird bereits vorwärts geritten. Außen jetzt an vierter Stelle abgelöst von Rio Chico, der mir sehr gut gefällt, aber das ganze Rennen in dritter Spur machen musste. An dritter Position noch keinen Meter zu viel gemacht hat. Gold Street, die jetzt dann auch zum Angriff blasen wird. Vorne ist aber unverändert Secret. Jetzt kommen aber die Angreifer. Und da ist Shooting und Shooting mit Secret. Innen kommt Gold Street, Shooting und außen ist es Rio Chico. Ganz innen kommt aber immer noch Gold Street, immer besser ins Bild. Jetzt kommt auch in the field. In the field oder Secret und ganz innen ist es Gold Street. Gold Street oder... Gold Street mit Secret. Gold Street for Secret und in the field. Und was ist das für ein Teufelskerl, dieser Fabrice Veyron. Gold Street. Gold Street. Gold Street.